Jawohl, alles klar. Sie sind hier. Auf mein Zeichen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Alles klar. Oh, Kämpfer ohne. Bereit für den Kampf. Noch eine Übungsklinge. Ein leichtes Beil. Mal was Praktisches. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Gebiet sichern. Die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. So, das kleine Beil. Kommt mir doch sehr gelegen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Schnell. So, erstes Lager ist zerstört. Das heißt, wir können mal die Elfen hier einsacken. Ihr seid keiner von Brennigans Leuten? Nein, ich bin hier, um sie zu bekämpfen. Dann möge euch mehr Erfolg beschieden sein als uns. Ja, die Lage ist nach wie vor unverändert. Wir werden ausharren. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Gut. Folgt mir. Vorwärts. Kämpft, Männer. Wir müssen noch, Brennigan, das Hauptlager hier auseinandernehmen. Vorwärts. Schnell. Und los. Vorsicht, sie sind hier. Feindkontakt. Okay, wir verlieren. Sind auf Feinde gestoßen. Auf mein Kommando. Aber aufzäglicher Trikuten. Auf mein Zeichen. Sofort. Sie schlagen zu. Vorsicht, Gegner. Sie schlagen zu. Oshok hat auch eine Rune und ein Befehl dabei. Jawohl. Befehl verstanden. Feuerstahlaxt. Auch nicht schlecht. Sind auf Feinde gestoßen. Ja, die Geschwindigkeit ist halt. Von dem hier viel besser. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Übungsklicke nehmen, bis ich den Feuerstahl benutzen kann. Sie schlagen zu. Bereit. Und los. Mir nach. Erwartet euer Kommando. Ja. Folgt mir. Sie schlagen zu. Bereit für den Kampf. Auf mein Zeichen. Vorwärts. Gebt das Zeichen. Hier. Zum Angriff. Jawohl. Befehl verstanden. So, irgendwo hier seit des Flusses gibt es auf jeden Fall noch ein Lager, weil da kommen Wüter der Faust hergelaufen. Ja. Ja. Sofort. Schnell. So, das heißt, ich kann die Elfen hier schon mal zurückschicken. Ein Gegenangriff. Wappnet euch. Rasch. Marschbefehl. Oje, da kommen sie angerannt. Erwarte Befehle. Vorsicht, sie sind hier. Erwarte Befehle. Augen offen halten. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Feindkontakt. Einsatzbereit. Sind auf Feinde gestoßen. So, ich treibe will ich nicht unbedingt verlieren. Erwarte euer Kommando. Feindkontakt. Vorsicht, sie sind hier. Jawohl. Vorsicht, sie sind hier. Erwarte euer Kommando. Erwarte euer Kommando. So, das war jetzt schon ein paar Verluste. Erwarte Befehle. Da kommt schon gar schon die nächste Welle. Ja, ihr könnt heimkehren. Ihr könnt heimkehren. Der Weg ist frei. Frei? Seid ihr euch sicher? Wir sind zu erschöpft, um noch eine Schlacht schlagen zu können. Euch wird nichts geschehen. Geht. Gut, ich vertraue euch. Kommt, Schwestern. Jo. Sind auf Feinde gestoßen. Jawohl. Marschbefehl. Erwarte euer Kommando. Bereit für den Kampf. Bleibt standhaft. Gut, das heißt, wir gucken mal in die Richtung. Hier sollte, glaube ich, nicht allzu viel noch sein. Bleibt standhaft. Einsatzbereit. So, wieder meine Freude. Befehl verstanden. Erwarte Befehle. Ach ja, und sie? Wo ist denn sie? Ach ne, sie ist immer noch hier. Genau, hier ist noch eine Elfengruppe. Wartet, Schwestern. Kein Ork spürt uns nach. Ein Mensch ist es. Und nicht euer Feind. Dann kehrt besser um. Dieser Wald ist voll von jenen, die es sind. Ja, Brannigans Horden sind geschlagen. Ihr könnt heimkehren. Brannigans Horden sind geschlagen. Ihr könnt heimkehren. Bei Elen, ist das wahr? Sprecht ihr die Wahrheit? Gesegnet seid ihr Runenkrieger. Kommt, Schwestern. Wir können zurück nach Hause. So, das war die zweite Gruppe. Was sagt Träumen in den Wäldern? Sprecht mit Likante. Likante ist die Anführerin der Elfen in Enoni. Das heutige Vorgehen sollte mit ihr besprochen werden. Ein Zug Freihändler wurde im Wald von Enoni überfallen und verschleppt. Sie werden in einem alten Steinbruchstück im Süden von Enoni gefangen gehalten. Öffnet das weiße Tor. Ein Tor aus weißem Steinbruch kehrt den Weg nach Süden. Die Elfen in der Siedlung kennen wohl einen Weg, wie es zu öffnen ist. Also ja, ich habe mich vorhin verguckt. Ich habe gedacht, sie wäre schon längst nach Hause abgehauen. Bereit für den Kampf? Ist sie aber leider nicht. Oder wohl noch nicht. Jawohl, alles klar. Da ist ein Händler und ansonsten ist hier nichts. So, das heißt, wir können jetzt Enoni Südosten benutzen, um wieder hierher zurückzukehren und ihr Bescheid zu sagen. Mal sehen, ob es was bringt. Elends Segen. Nö. Das heißt, zurück zur Elfensiedlung. Was gibt es, Freund? Willkommen zu Hause. Das verdanken wir nur euch. Hier, bitte nehmt dies als Zeichen unseres immerwährenden Dankes und möge Elend euch auf all euren Wegen begleiten. So, Facebook wurde aktualisiert. Ja, was auch immer ich jetzt gehe... Oh, Level Up. Oder ich habe das Level Up irgendwo verschlafen. Gebt mir sogar einen zweiten Slot. Äh. Also erstmal kleine Klingenwaffen und dann hätte ich gerne meinen Bogen mal gepimpt. Ah ja, wir brauchen 32 Stärke als nächstes. So, unsere Punkte und dann... Nehmen wir mal so eine Übungsklinge. Können wir sonst noch was Besonderes tragen? Wir? Nein. So, ihm kann ich wieder das Fleischermesser geben. Kann ihn so einen geben und eine Tuchhose. Und so einen Teil. Gut. Gucken wir erstmal, was der Händler für uns hat. Eloni, Eismargierin. Edel. Also ja, es gibt zwei Elfen hier, die Nebenquests für uns haben. So, du hättest Huhnen, die uns noch gar nichts bringen. Du hättest Baupläne für die Rinderzucht, die Getreidefarm. Fischerzunft und die Segemühle. Ja, wir haben schon recht viel Silber eigentlich. Die alte Münze ist vor allem ein Ding, was wert. Bleibes Zauber. Ne, bringt uns doch gerade nichts. Ariaschrem brauchen wir keinen, aber die anderen Sachen könnten wir gerne nehmen. Gerade die Segemühle. Die Fischerzunft wäre auch nicht schlecht. Die Getreidefarm. So. Jawohl, alles klar. Unsere Mäh auf den Hetzen. Gucken wir mal, was hast du zu sagen. Bitte, Fremder. Lasst mich in meinem Schmerz allein. Viele unserer Verletzten werden sterben, wenn niemand nach Graufu durchdringt. Die Waffen der Angreifer sind verseucht und giftig. Und nur Händlerin Waldis verfügt über die Wundtinktur, die unsere Verletzten vor dem Wundbrand bewahren kann. Ja, die Wundtinktur. Die Kinder der Elfen auf Eloni sichern dahin. Sverdis braucht eine Wundtinktur, um sie zu retten. Besorgt die Wundtinktur von Waldis und bringt sie zu Sverdis in Eloni. Die verwundeten Elfen auf Eloni sichern dahin. Sverdis braucht eine Wundtinktur, um sie zu retten. Lasst euch von der Händlerin Waldis auf Graufu die Wundtinktur geben und bringt sie zu Sverdis. Ja, neben Quests, die mapübergreifend sind, haben wir mit euch schon geredet. Elendsfriede sei mit euch.